Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Sascha Glow und in diesem Video geht es um einen Impuls für dich, damit du erfahren kannst, was Menschen, deine Kunden motiviert, Produkte zu kaufen. Ich freue mich darauf. Viel Spaß! Im Grunde genommen sind es zwei Faktoren, die dafür sorgen, dass Menschen in eine Handlung kommen und motiviert sind, Produkte zu kaufen. Das ist einmal hinzu, also der Weg, die Freude zu erreichen, Glück zu haben oder weg von. Und das ist der Weg oder das Ziel, Angst und Schmerz zu vermeiden. Diese zwei Möglichkeiten motivieren die Menschen, dabei etwas zu tun, wohingegen das hinzu etwas zu bekommen, meistens eher ein nice to have ist und wo man schön das Ganze mit Freude bekommt und dagegen das Weg von, also den Schmerz zu vermeiden, ein viel größerer und stärkerer Hebel ist in der Motivation, jemanden zu motivieren, dein Produkt zu kaufen. Ja, und im Grunde genommen kann man das Ganze recht simpel auch sogar noch in, ja, Zahlen packen. Das Hinzu, also die Motivation, etwas Freudiges zu erreichen, ist im Prinzip so wie der doppelte Faktor, den es, ja, Menschen erlaubt, eine Handlung auszuführen. Und das Weg von ist dagegen, ja, fast schon das 3- bis 5-fache an Motivationsfaktoren, die du bekommen kannst, damit jemand dein Produkt kauft. Ja, du kannst an dieser Stelle mal überlegen, okay, was sind denn Sachen, die Kunden mit deinem Produkt vermeiden, nicht mehr haben oder was sie verlassen können, um vielleicht Sorgen, Angst, Schmerzen oder, ja, gewisse Wehwehchen loszuwerden. Das muss nicht immer der Gesundheitsfaktor sein, ja. Ganz wichtig, das können ganz, ja, teilweise banale Sachen sein, aber diese Überlegung und das herauszufinden, was eben da, ja, die Menschen, den Menschen ermöglicht, die dein Produkt kaufen sollen, was sie damit vermeiden können, das ist eine Möglichkeit für dich, einen sehr starken Hebel anzusetzen, dass Menschen auch motiviert sind, dein Produkt zu kaufen. Da kannst du mal hinschauen. Oder du guckst einfach mal dahin, was kannst du Lustvolles einbringen. Das kann auch sehr gut einfach nur in der Kommunikation sein, ne. Was kannst du Positives einbringen, damit Menschen, die dein Produkt kaufen, auch im Wert der Marke, im Wert der Produkte, die du darüber hinaus mitgibst, nicht nur das Haptische, ne. Was kannst du da dazugeben und, ja, bringen, damit Menschen im Prinzip die Möglichkeit haben, dein Produkt noch lustvoller zu kaufen. Ja, und ich hoffe, dieser kurze Impuls hat dir soweit gefallen. Ich habe mich mega gefreut, dass du eingeschaltet hast. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann bitte ich dich vielleicht, das Ganze mal zu kommentieren. Mich würde an der Stelle interessieren, welche Fragen du dazu hast oder wo du sagst, hey, gibt es einen Punkt, der dich noch ein bisschen daran hindert, das Ganze vielleicht auch, ja, verständlicher zu haben. Ansonsten freue ich mich ganz, wie immer, über den Daumen nach oben. Und wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Bis dahin, alles Gute, dein Sascha.